Das Film- und Theaterensemble Tadort Theater des BRG Schloss Traunze beschäftigt sich in der diesjährigen März-Produktion mit dem Ersten Weltkrieg. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus stark gekürzt und für jugendliche Darsteller bearbeitet. Das Stück wird als Stationentheater aufgeführt, das heißt, die Zuschauer werden innerhalb und außerhalb des Schlossbereichs an verschiedene Schauplätze geführt. Die Aufführungstermine Mittwoch 11. März, Donnerstag 12. März, Samstag 14. März, Dienstag 17. März, Mittwoch 18. März und Samstag 21. März, jeweils 18 und 20 Uhr, Treffpunkt, Festsaal Schloss Traunze. Wir danken herzlich allen unseren Förderern und Sponsoren.